Es ist ja eine spezielle Fähigkeit. Ja. Ah, wenn du lange drüber bleibst... Marathoner kostet 1 Perkpoint. Ach so. Looting process can be recovered after it's breaking from 20 minutes. Du kriegst Skillpoints, mit denen kannst du zu dem Skill hinkommen. Und dann brauchst du einen Perkpoint, um den zu erlernen. Ja, weil ich hab ja jetzt... Ich hab ja bei Looting... Bei Looting hab ich ja den Ersten, ne? Wenn ich das richtig verstehe, hab ich doch 20% Chance. Wenn du... Looting process can be recovered after it's breaking from 20 minutes. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Vielleicht Chance... Das ist breaking. Ja, keine Ahnung. Ist halt wahrscheinlich gut übersetzt. Aber das Fleisch ist fertig. Ne, ist noch nicht fertig. Meins ist fertig. Alter, hab ich jetzt resettet! Ne, ich hab schon gedacht. Holy cow, Alter. Ich hab jetzt auch noch ein bisschen durch... Nein, ich hab's wirklich resettet. Ich hab's kurz vorher rausgehoben und muss jetzt komplett neu durchbraten. Holy shit, Alter. Willst du mich komplett verarschen? Boah, weißt du mal, wann das fertig ist? Ja, wenn's fried ist. Zieh's nicht davor raus. Würde ich dir nicht empfehlen. Jetzt ist mein Holz leer! Alter! Ne, es brennt noch. Alter, ich hab gedacht. Jetzt ist alles vorbei. RIP, Alter. Brauchst du noch ein Fried? Ruf, ich hab ja noch drei fertige. Ne, ne, ich muss meins noch durchbraten. Ich hab nur gedacht, jetzt hält mein Holz nicht so lang. Okay, jetzt kann ich den Extinguish, oder? Okay. Du kannst ihn aber auch brennen lassen. Kann man's jetzt wieder abbauen? Ne, oder? Weiß ich gar nicht. Befürchte nicht. Wo reicht das Holz noch? Soll ich bei dir das Holz reinlegen? Nein! Ja, ja! Nein, nee! Dann lebt das gleich kostenlos. Alter, leg's nicht rein. Tu's nicht. Ich hab noch genug. Alter, hör auf! Zu löschen, draufpissen, Alter. Auf mein gutes Fleisch. Auf mein gutes Fleisch. Hast du nur eins gegrillt, oder was? Nein, das eine, was ich wieder rausgeholt hab. Das war sofort resettet. Das war eine Sekunde, bevor es fertig war. Und ich hab gedacht, zu ja fertig, weil das komplett der Balken voll war. Dann hab ich's rausgetan, dann waren alle drei fertig. Das eine nicht. Tue ich's wieder rein, fängt so ein komplett von vorne an. Mit Braten. Was, wenn ich jetzt dann Fleisch rausnehme? Alter, wer stehst, dann wird nur oben oben. Kraschen. Alter, keine Witze über mein Fleisch. Jeder sofort den scheiß Revolver draußen. Bist du so schießwütige Bengel, Alter. Jeder geht's weg. So, hey, 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 hey. So, wir sind Mates, aber ich vertraue keinem. Voll Bock auf den Markt hier zu schießen. Alter, ich seh schon, komm, das wird übles Friendly-Fail geben. Und dann so, ja, okay, komm doch wieder rein. Ja, okay, ich muss kurz das Tutorial nochmal machen. Und dann kannst du einen wiederbeleben, wenn du das Medi-Kit, das Car-Medi-Kit, musst du dann einen quasi zulassen, dass du's nehmen kannst. Und dann lässt du ihm so zu, dass du's nehmen kannst und dann lässt er dich sterben und looted dein Zeug. Und dann musst du das Tutorial, ich weiß gar nicht, wie das dann ist, aber wahrscheinlich musst du toll nochmal durchziehen dann. Nein, ich glaub nicht. Fried Meat, okay, fertig. Also, das ist der Weg, du bist. Ja, ich bin gesagt, bitte auch wiederholen, muss ich ganz gut sagen. Wir müssen zu irgendeinem Wichser da unten laufen, ne? Warte. Ne, ist der da unten? Äh, ich hab ein Problem. Was? Der sitzt und steht nicht mehr auf. Alter, wie hast du dich... Kackst du gerade, oder was? Ich hab... Ich hab irgendwelche Gestiken probiert und ich hab ein Problem. Offer, try, add to blacklist. Kann ich dich nicht ausrufen. Was hast du gemacht, Alter? Gekackt, oder was? Gekackt. Also, wo laufen wir jetzt hin? Alter, was machst du? Ja, das ist lustig. Ach, jetzt komm. Wir sagst du mal, was ist noch der Punkt raus. Wir müssen... Ich kotze, warte mal. Ich glaub, das Blaue. Boah, wie ist das... Ich hab viel links fürs Blaue, aber... Ja, da müssen wir auch nachher hin. Ja, da müssen wir doch... Ja, aber dann lauft doch direkt da hin. Okay. Da vorne ist was, das Monster. Wo denn? Auf geht's! Knüppelst nieder. Ja, nicht so durch die Pampa laufen, Alter. Da ist die Strahlung. Hier ist ein Monster. Ja, kack auf die Ratte, Alter. Da hab ich mein Leben geschossen. Ja, Alter, willst du noch deine Kugeln alle verschwenden für die scheiß Ratte da drüben, oder was? Das klingt recht der Raketenlauf raus, weil einmal Luft ist gesessen. Alter, nochmal schießen, Alter. Also, komm, darf man. Jetzt kommt er gleich dazu. Da vorne ist die Ratte dann so... Und dann so... Und dann so... Hä, was ist das? Habe ich von der Ratte gelootet. Oh, nö, die Ratte hat sie nix. Hey, Sarah, was geht ab? Alles klar bei dir? Ah, das soll ich die Pampa rennen. Das fand ich so cool, Maki, hier. Warum kann ich eigentlich nicht rennen? Musch Mausrad rennen. Oh, nee, wir müssen alle essen, weil wir keine Kondition mehr haben. Maki, du hast schon gegessen. Du hast Kondition. Ja. Ich hab doch auch schon gegessen. Alter, ich hab noch nicht gegessen. Ich esse jetzt auch eins. Das heißt, was du verbrauchst, wenn das... Ha, schwächen. Ah, trinken hat gefehlt. Gib mir dein Fleisch. Gib mir dein Fleisch. Gib mir dein Fleisch. Okay. Ich glaub, bei mir müsste es wieder funktionieren. Nein, es zieht's gleich wieder ab. Ich muss, glaub, trinken. Hast du was getrunken, Maki? Ja. Na, scheiße. Das ist streng. Ah, lau, nö, 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 nö. Mensch, ich kümme mich um mein Männchen. Wir haben doch auch ein Messer. Wie kann ich denn das... Ah, das ist nur ein Butcher-Nife. Scheiße. Willst du gleich hier... Auf einmal schnibbelt er Maki rum? Ja. Nee, ich versuch, irgendwie direkt am Anfang irgendwie... Tja, aber vor, die Ratte hätte jetzt eine AK oder so. Ja, genau. Oder Bischweiz geballert. Ah, du kannst ja auch Alp drücken und nicht umschauen. Das ist auch schön. Ja, das ist auch mal logen. Ja, du, ich hab looting jetzt, gell? Dann dachte ich mir, ich muss die Ratte mal looten. Wart mal, ich glaub, lass mal da drüben in dieses Kack-Ding gehen. Ich glaub, da müssen wir zuerst hin. Hier in das Sumpf. Weil ich weiß, da war irgendwas. Okay. Kann aber auch täuschen. Oder wir haben da, glaub ich... Nee, warte mal, scheißegal. Lass uns zu dem anderen gehen. Weil wir waren dort, glaub ich, nur... Da müssen wir später hin. Okay. Okay, okay, okay. Ich muss das hier... Ja, was bringt jetzt ein Looten? Was bringt jetzt ein Looten, hä? Wart mal ab später. Wenn ich dann hier Loot-Boy-Johnny bin, ja? Loot-Johnny-23. Alle erst mal meine Stamina aufladen lassen. Laufen wir jetzt da runter, direkt zum Bahnhof. Ja, ich glaub, richtig. Wo ist das? Alter, da ist jemand. Was? Ja, aber jetzt Ding, chill mal. Hier, hier. Guck mal, alter. Maki will direkt auf alles schießen. Wir müssen jetzt mal mit den Leuten reden. Hallo, was geht ab? Priviert. Also, ich nehm so ein Auto, ich glaub, kaputt. Bestimmt safe call, müssen wir irgendwas für den suchen. Warte. Are you local? Yes. Never mind, my truck broke down. I thought to ask for help. Sie will das auch machen. Grüße. Do you have something for sale? Oh, bei ihm können wir was kaufen. Was ist das? Was? Something like that. So, we're brothers in Miss Fortunias. Well, yes. Anti-Rat und anti-Dot. Das will ich alles nicht. Was gibst du mir für mein Fleisch? 600 Rubel. Echt jetzt? Ja, natürlich. I want to discuss the supplies and the loot. Do you need something or the spare parts? Do you have something for sale? Was habt ihr gemacht? I don't know. Let's trade, okay. Hat der irgendwas, was wir brauchen? Anti-Ratisch? Das sind eh kein Geld, oder? Der will nichts von uns. Ja, doch, wir haben 5000 Rubel. Also. Aber die Tabletten können wir nicht kaufen von dem, oder was? Alter, rennt der einfach weg, oder was? Ja, weil wir da nichts brauchen. Ich glaube, wir müssen das so nach da drüben. Moment mal, hier ist ein Zaun. Boah, durchs Gemüse ist ein... Alter, was macht ihr denn? Hä, was ist hier? Ich habe das Holz gerade aufgesammelt. Mach ihr mal ein kleines bisschen schneller. Ja, komm, können wir hier drüber, oder? Können wir hier durch die Tür durch? Nee, wir müssen da entlang laufen, Uwe. Guck mal, da geht... Bestimmt, der neue Guide, oder was? Alter, wir haben bestimmt jetzt... ...halbe Stunde einen Weg gespart. Weil wir es so gemacht haben, und nicht wie wir. Gestern. Wir sind so immer hin und her gelaufen. Ja, wir wussten dann auch nicht, wo wir hin müssen. Naja. Es war ja dann mehr oder weniger zufällig. Ich kann nicht springen, ich habe keine Stamina. Echt jetzt? Du musst hochklettern, nicht springen. Hingehen und Leertaste gedrückt halten. Ja, da hast du keine Stamina. Echt jetzt? Das ist halt... Alter, spring doch nicht so hoch. Da springt der hoch, tot ist mutig. Loot Johnny 23. Loot Boy 23. Loot Boy. Beste Name. Den ist eine Ratte. Alter, lass doch die Ratte Ratte sein. Nachher sind wir irgendwo, du hast gar keine Munition mehr. Dann habt ihr Munition. Die Ratten sind total Trill, der. Nicht wirklich, wenn ich fahre. Ja gut, die droppen dann auch Fleisch, das kann der Maki essen, weil er irgendwie scheiße essen geskillt hat. Ratte? Ja, du kriegst ja guten Loot, Maki kann jeden scheiße essen und ich stehe da und kann halt rennen. Aber ich verhungere einfach. Ah, guck mal, hier gibt's was. Das ist bei euch eigentlich hell. Ja, stimmt, weil's 11.38 Uhr ist. Was gibt's hier? Ja, da ist ein Spieler. Ja. Respawn Point. Maki hat immer gleich die Waffe draußen. Das ist hier Startgebiet. Alle sind voll freundlich und so. Alter, können wir den Topf nehmen? Nee. Und Maki immer gleich das erste, was er macht, die Waffe rausholen. Ja. Alter, kannst du den Topf, kann man den nehmen? Okay, wir haben jetzt hier bei dem eine neue Quest beim Watchman, ne? Ja. Ja, genau. Ja.